Der Sonic Boom Bedside Traveller ist ein kleiner Wecker mit extra lautem Signalton. Mit Hilfe eines kleinen Drehrädchens können Sie die Lautstärke optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Auch die Tonhöhe des Wecksignals lässt sich individuell auf Ihr Hörvermögen abstimmen. Zudem ist der Wecker mit einem sehr starken Vibrationskissen ausgestattet. Das digitale Display wurde sehr groß und übersichtlich gestaltet. Die Ziffern im Display werden sehr groß und kontrastreich angezeigt. Dank dem Sonic Boom Bedside Traveller werden Sie garantiert nicht mehr verschlafen. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von uns beraten in Ihrem Online-Shop.